Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einem neuen Interview der Woche. Heute begrüße ich Sie aus Rostock. Wir sind hier in der Universität und an meiner Seite, ich könnte fast sagen, ein altbekannter Gesprächspartner, Professor von Wensierski. Professor von Wensierski, Sie sind für das Verfahren mit zuständig. Sie haben es mit initiiert, die Verleihung der Ehrendoktorwürde an Edward Snowden. An jeden großartigen oder weniger großartigen, sagen die anderen, Whistleblower, der die NSE-Affäre ins Rollen gebracht hat. Nun haben Sie beschlossen, Ihr Institut, Ihre Fakultät, dass Edward Snowden diese Ehrendoktorwürde zusteht. Der Rektor sagt nein. Nein. Sie haben Gutachten beigebracht von wissenschaftlichen Koryphäen weltweit, die genau beweisen, dass Edward Snowden nämlich eine wissenschaftliche Leistung vollbracht hat. Jetzt heißt es, das wird genau bestritten, das wird vom Rektor bestritten und natürlich von ganz vielen anderen Menschen in Mecklenburg-Vorpommern auch noch, die jetzt glauben natürlich, ihre Entscheidung in der Fakultät zu kritisieren. Und Edward Snowden würde diese Ehrendoktorwürde gar nicht zustehen. Ja. Also die Meinung jetzt im Land, die tragen wir mit Fassung. Jeder hat hier in diesem freien Land die Möglichkeit, eine eigene Meinung sich zu bilden. Die zwingen wir auch niemandem auf. Beim Rektor sieht es etwas anders aus. Der Rektor ist Verfahrensbeteiligter an der Universität und Rechtsaufsicht für die Verfahren, die wir verantworten. In diesem Fall war das so, dass der Fakultätsrat beschlossen hatte, die Ehrendoktorwürde zu verleihen. Und der Vorgang ging dann anschließend, so ist das normal, der Dienstweg, an den Rektor. Und der Rektor hat im Rahmen seiner Rechtsaufsicht dann beschlossen, diesen Beschluss zu beanstanden. Das ist auch eine juristische Formulierung. Und seitdem gibt es ein Disput darüber, hat der Rektor gute Gründe, ist der berechtigt, gewissermaßen dieses Verfahren zu beanstanden. Wir sagen nein. Um unsere Meinung zu stützen, haben wir ein Rechtsgutachten eingeholt. Wir haben einen sehr renommierten Rechtsgutachter gewählt, nämlich Herrn Professor Briede, der ehemaliger Richter des Bundesverfassungsgerichts war, ausgewiesener Verwaltungsrechtler. Der hat uns eine rechtliche Expertise ausgestellt Anfang Juni. Und in der wurde im Grunde bestätigt, eindrucksvoll bestätigt, dass wir völlig ohne Rechtsfehler gearbeitet haben. Das heißt, wir hatten einen guten Grund, Edward Snowden als Fakultät diese Ehrendoktorwürde anzutragen. Warum geht es jetzt dem Rektor? Ihm geht es ja vielleicht auch darum, diesen Prozess zu verzögern. Wie läuft jetzt so ein Rechtsverfahren ab? Wie lange dauert das letztendlich? Und müssen wir uns jetzt auf einen jahrelangen Rechtsstreit hier an der Universität Rostock gefasst machen? Ja, das hoffen wir nicht. Also wir müssen ja sagen, wir sind nicht daran interessiert, mit dem Rektor zu streiten. Wir sind nicht daran interessiert, zu klagen. Und wir sind nicht daran interessiert, uns jahrelang mit dem Thema zu beschäftigen. Wir finden, wir haben bisher sehr sorgfältig, sehr professionell, sehr wissenschaftlich gearbeitet an diesem Thema. Und wir wären natürlich dankbar, wenn wir mit dem Rektor zu einem Einvernehmen kommen könnten. Das ist ein bisschen schwierig geworden, weil der Rektor sich jetzt sehr auf seine Position festgelegt hat. Wir als Fakultätsrat haben gestern zwar beschlossen, dass wir die Beanstandung des Rektors zurückweisen. Das mussten wir machen, weil es hier Fristen gab und weil wir als Fakultät darauf dringen mussten, dass wir unsere Rechte wahren in diesem Verfahren. Wir haben das aber gleichzeitig verbunden mit einer Einladung des Rektors. Wir würden gerne mit dem Rektor in einem einvernehmlichen Gespräch zunächst einmal ausloten, welche Möglichkeiten gibt es jetzt aus dieser PAD-Situation, der Rektor ist dagegen, wir sind dafür, herauszukommen. Und wir würden gerne konstruktiv, kreativ überlegen, gibt es Möglichkeiten, die beiden Parteien erstens eine Gesichtswahrung ermöglichen, andererseits aber auch jetzt der Ernsthaftigkeit dieses Anliegens Rechnung tragen, um hier vielleicht doch noch zu einer gemeinsamen Lösung zu kommen. Wir hatten eigentlich gestern uns bemüht, schon im Nachgang zu dieser Fakultätsratssitzung eine gemeinsame Presseerklärung herauszugeben, indem wir versichert hätten, dass wir uns jetzt um eine einvernehmliche Lösung bemühen. Aber dem Rektor fiel das schwer, sich auf Verhandlungen und Vereinbarungen einzulassen. Die Botschaft heute war, er besteht auf seiner Position und er sieht eigentlich nur noch die Möglichkeit, das Verfahren an den Bildungsminister weiterzugeben. Was ist dann die Konsequenz? Auch vom Bildungsministerium kommt da noch keine eindeutige Stellungnahme zu dem Thema. Was wären dann die Konsequenzen? Ja, das wäre aus unserer Sicht erstens bedauerlich, weil das ist eine Frage der Autonomie der Wissenschaften und der Hochschulen. Das ist ein hohes Gut in einer Demokratie. Unsere Privilegien als Universität und Wissenschaft basieren auf Regelungen des Grundgesetzes. Die Hochschulautonomie ist ein ganz wichtiger Grundsatz. Und wir würden natürlich bevorzugen, dass diese Hochschulautonomie gewahrt wird. Das heißt, alle Dispute, die in der Universität entstehen, die gehören zum Handwerk. Die sollten eigentlich auch mit den Mitteln der Universität und der Wissenschaft in der Universität diskutiert, gestritten und gelöst werden. Und den Bildungsminister einzubeziehen bedeutet im Grunde die Entscheidung, auf den Staat zu verlagern und im Grunde die Selbstverantwortung für unsere Wissenschaftsfragen an den Staat zu delegieren. Das finden wir keine gute Idee. Und förmlich wird das so aussehen, wenn der Rektor die Beanstandung jetzt an den Bildungsminister weitergibt. Dann gilt auch für den Bildungsminister, dass er lediglich die Funktion als Rechtsaufsicht hat. Es wäre also die gleiche Frage wie beim Rektor. Der müsste uns Rechtsfehler im Verfahren nachweisen. Und dann müssten wir uns wieder dazu verhalten. Also wir versuchen jetzt gerade quasi aus diesem Dilemma herauszukommen, dass es nur noch um rechtliche Streitigkeiten geht. Kommen wir nochmal auf die Beurteilung der wissenschaftlichen Leistungen zu sprechen von Edward Snowden. Das wird ihm ja abgeschrieben. Das wird ihm nicht nur vom Rektor jetzt abgeschrieben, der ja aus einem ganz anderen wissenschaftlichen Bereich wiederum kommt. Das wird ihm jetzt auch vom Innenminister abgeschrieben, der in der Zeit, in dem Wochenmagazin, ja auch ein Statement veröffentlicht hat, wo er sich auch ganz klar dagegen positioniert. Die Autonomie der Hochschule zwar als hohes Gut bezeichnet, aber auf der anderen Seite sagt, wenn dort in der Regierung entschieden werden müsste, dann ist er ganz klar dagegen. Was macht die wissenschaftliche Leistung aus? Wie haben Sie begründet, dass Edward Snowden die Ehrendoktorwürde verdient hat? Ja, die Einlassungen des Innenministers, die haben mich doch erstaunt, weil die basieren doch zum Gutteil auf Missverständnissen. Das erste Missverständnis ist, dass der Innenminister zuständig wäre für Fragen in der Universität und der Wissenschaft. Das ist ja nicht der Fall und da würde man sich natürlich wünschen, dass der Verfassungsminister, der der Innenminister auch ist, darum weiß. Das zweite Missverständnis ist eben, dass Edward Snowden Verdienste um das Land haben müsste, um Ehrendoktor zu bekommen. Das wäre sicher der Fall, wenn wir ein Bundesverdienstkreuz verleihen würden, aber das kann die Universität nicht. Die Verleihung einer Ehrendoktorwürde verlangt nicht Verdienste um das Land, sondern Verdienste um die Wissenschaft und wissenschaftliche Leistungen. Und die kann aber der Innenminister nicht beurteilen, so viel Mühe, wie Herr Kaffee sich auch da geben mag, sondern wissenschaftliche Leistungen können nur innerhalb der Universität beurteilt werden. Und nicht nur das, sondern die können ausschließlich innerhalb der Fakultät, die diesen Antrag gestellt hat, beurteilt werden. Das ist auch die Quintessenz des Rechtsgutachtens von Professor Briede, dem ehemaligen Bundesrichter. Nochmal ganz kurz, was ist die wissenschaftliche Leistung von Edward Snowden? Warum wollen Sie ihn, wir haben es schon verschiedentlich natürlich in unseren Sendungen auch getan, warum wollen Sie ihm die Ehrendoktorwürde verleihen? Ja, wir sehen die wissenschaftlichen Leistungen eigentlich in drei Bereichen. Die erste Dimension ist die Bedeutung, die Edward Snowden als Aufklärer hat. Er hat auf wesentliche Missstände aufmerksam gemacht und hat hier doch sehr gravierend auf die hunderttausendfache Verletzung von Grundrechten aufmerksam gemacht und vielfältige Probleme, die damit einhergehen. Also die Aufklärerfunktion ist für eine philosophische Fakultät unmittelbar wichtig. Die zweite Dimension der Wissenschaftlichkeit ist, dass Herr Snowden einen ungeheuer großen empirischen Datenschatz zur Verfügung gestellt hat, der vorher so nicht bekannt war. Der ist nicht nur zur Verfügung gestellt worden auf einem USB-Stick, sondern der ist von ihm sehr sorgfältig aufbereitet worden. Er hat sehr sorgfältig überlegt, welche Daten liefern überhaupt genügend Belege für seine These von der weltweiten Überwachung der NSA und des Missbrauchs der Grundrechte. Also hier gab es im Grunde das, was wir als klassische empirische Arbeit verstehen, einen großen Anteil. Man kann sagen, Herr Snowden hat hier im Grunde wie ein weltweit agierender Projektleiter gehandelt. Der hat sich eine große Projektgruppe von Experten zusammengesucht, die sichergestellt haben, jetzt seit einem Jahr und sehr nachhaltig, dass im Grunde diese Wahrheit ans Licht kommt. Also da sehen wir die zweite Dimension. Die dritte Dimension der Wissenschaftlichkeit ist, dass Herr Snowden auf vielen Ebenen eine ganz neue wissenschaftliche Diskurse angestoßen hat. Der Charakter eines wissenschaftlichen Diskurses, dass sich also Wissenschaftler beschäftigen mit bestimmten wissenschaftlichen Fragen und neue Fragen, neue theoretische Fragen aufwerfen, ist hier ein ganz wichtiger Teil. Und all diese Details auf der Ebene dieser drei Dimensionen sind auch in unseren Gutachten sehr ausführlich dargestellt worden. Das ist eindeutig aus Ihrer Position, dass Edward Snowden diese Ehrendoktorwürde verdient hat. Auf jeden Fall. Denn ich meine, das muss man auch sehen, es geht nicht nur allein um die Wissenschaftlichkeit, sondern es geht hier natürlich auch darum, dass Herr Snowden sehr viel riskiert hat. Er hat sehr viel Mut gezeigt. Er hat seine ganze Existenz aufgegeben, um uns, nicht nur in Deutschland, sondern viele andere Nationen, viele andere Bevölkerungen auch, eben darauf hinzuweisen, dass ihre Grundrechte verletzt werden, dass ihre Kommunikation abgehört und gespeichert wird. Und da finden wir auch gerade als deutsche Wissenschaftler hier oder als Wissenschaftler in Deutschland, dass wir doch eine Pflicht haben, im Grunde uns für Herrn Snowden einzusetzen. Herr Snowden sitzt mit sehr prekären Zukunftsaussichten in Moskau fest. Er möchte gar nicht in Russland sitzen. Das wird ihm manchmal vorgeworfen. Aber Herr Snowden würde lieber heute als morgen, glaube ich, das Land verlassen und in ein freies, demokratisches Land ausreisen. Da haben wir sicher begrenzte Möglichkeiten, ihn da zu unterstützen. Aber als kleinen Baustein für diese weltweite Diskussion um das Schicksal von Herrn Snowden dient sich ja unsere Initiative auch. Und können Sie zum Schluss nochmal einen zeitlichen Rahmen benennen, in dem aus Ihrer Sicht das Verfahren jetzt weiterlaufen wird? Ja, das ist natürlich für uns schwer zu beurteilen. Wenn es nach uns ginge, wäre das alles doch sehr erfolgreich im Sommersemester schon über die Bühne gegangen. Jetzt gehen die Wochen ins Land. Der Rektor hat angekündigt, dass er offenbar jetzt unmittelbar den Vorgang an das Ministerium geben will. Und das ist das, was ich höre heute. Und dann ist die Frage, wie schnell agiert der Bildungsminister dabei? Gleichwohl, wir würden uns wünschen, dass nach wie vor noch der Spielraum offen wäre, um hier innerhalb der Universität noch in Vereinbarungen, in Verhandlungen mit dem Rektor einzutreten und nach einer einvernehmlichen Lösung zu suchen. Herr Professor, vielen Dank für das Interview an dieser Stelle. Liebe Zuschauer, Sie haben es gehört, das Verfahren ist im Gang. Das Verfahren ist noch keinesfalls abgeschlossen. Und es besteht noch durchaus Aussichten, dass Edward Snowden irgendwann hier in Ostrock die Ehrendoktorwürde verliehen bekommt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.